Na klar, weil ich mir das einfach aufgeregt habe, dass deren Kackschaltungen nicht funktionieren. Wo ist denn nur der Knopf hin? Ich hab den Kackknopf. Scheiße. Oh, nee. Ich hab den Knopfrad weggeworfen, er hat den Knopf. Danke. Glückwunsch, Checkpoint erreicht. Okay, ab jetzt spielen wir mal normaler. Wow, ein ganzes Brot dafür, dass man auf Normal spielt. Respekt. So, hier ist ein Fernseher, hier geht's weiter. So, ich hoffe, diesmal funktionieren seine Entscheidungen. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt das erste Kapitel abgeschlossen. Lukas, siehst du, ich bin grad so gut, auf Kau und Atmung. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt das erste Kapitel abgeschlossen. Alt wie ihr schafften es nicht alle. Ihr fragt euch bestimmt, wer ich bin, oder? Man nennt mich Herr Rätsel. Und ich führe Untersuchungen in der Analyse von kooperativen Handeln von Menschen. Ihr habt euch zufällig in meine Versuchsreihe eingeordnet. Und nun seid ihr Teil meines Tests. Doch ich will euch nicht länger stören. Geht doch einfach weiter. Gezeichnet, Herr Rätsel. So, so viel darfst du. Aber sehr einfallsreicher Name für den Typen. Ups. Aua? So. Warte mal eben, ich vermute mal, dass hier irgendwo eine Kiste versteckt ist. Muss ja, ne? Warte, hier steht was. Minestation unter der Leitung von Klaus Dieter. Klaus Dieter! Der Diener! So, ich würde sagen, ne? Der 23. Tag in der Mine. Heute entdeckte ich bei einer Sprengung einen mir unbekannten Schacht. Scheint so, als sei dieser schon sehr alt. Die Wände sind aus mittlerweile instabilem Sandstein. Ich werde ihn morgen genauer untersuchen. Ähm. Und scheiß... Da steht so viel zu dem Bild. Ich habe das Gefühl, wir müssen das kaputt machen irgendwie. Wenn ich ehrlich bin, oder? Aber ich glaube, wir müssen erstmal woanders hin. Oh ja, müssen wir. Sonst würde es dann niemals so stehen. Oh, ne, man kann durch Bilder auch durchgehen. Fällt mir gerade ein. Ups. Eine Lampe. Wer hätte das gedacht? Alter, ohne Scheiß. Wir fällen gerade ein. Man kann auch durch Bilder durchgehen. Oh. Egal. Useless. Da was hinter? Ne. Hätte ja sein können. Lass mal das Licht an. Das hat wahrscheinlich irgendein... Lass mal... Ja, lass es mal an. Kannst du für deinen Freund die Hand ins Feuer legen? Was ist denn da? Ah, eine Truhe. Ich habe Minecarts. Zweifel mich, zweifel dich. Ich habe mich, hätte ich dich jetzt gerade gefragt, wo wir jetzt Minecarts herkriegen. Zweifel mich, zweifel dich. Da müsst ihr jetzt durch. Ich sehe das, wo das... Ich muss dich anmachen und du mich. Okay, drei, zwei, eins, go. Oh, das sieht geil aus. Müze, Junge. Alles Müze. Forever alone. Vorsicht, ich werde dich gleich einfach zu machen gehen. Ich nehme auf, dass du das nicht zu scheißen hast. Oh, scheiße, das ist gerade nicht geklärt. Das hat mich irgendwie übelst aufgeregt. Weil wir sogar schon die richtigen Sachen gemacht haben. Ähm, ich fahre jetzt hier nur noch im Kreis und hier sind die Schalte. Ich würde mal schätzen, mach mal hier die Schalte aus. Alter. Schürmi, nein. Schürmi, durch dich sind wir langsamer. Die Map ist für zwei. Hä, wie... Warte, der ist noch an. Danke, Schürmi, Respekt. Hä? Schalter hast du gedrückt. Du hast mich wieder zurückge... Du hast den Schalter gedrückt, du Spaten. Respekt, Lukas, ey, ohne Scheiß. Hä? Du kannst mit W und S kannst das Ding steuern, ne? Weißt du. Boah, Leute, seid ihr eigentlich unfähig? Ihr seid doch zu dumm zum Scheißen, ey. Das war... Ohne Scheiß, was könnt ihr eigentlich? Nicht viel. Die Map ist geil. Boah, da vorne steht jetzt noch so ein Kack. Mein Gott, wodurch ich direkt zurück muss. Wollt ihr mich verarschen? Ja, wollen wir. Ja, scheiß. Jetzt runter von der Bahn. Ähm, ich bin schon durch. Jetzt geh runter von der Bahn. Bin runter von der Bahn. Ohne Scheiß, Schirme, wenn es heißt, die Map ist für zwei, kannst du nicht mit dem dritten Minecraft dazukommen. Du hast... Dadurch sind wir gerade nicht weitergekommen. Nein, ihr seid nicht weitergekommen, weil ihr nicht W gedrückt habt, um weiterzukommen. Nee, das siehst du falsch. Du hast uns ausgebremst. Ich wurde immer wieder zurückgestoßen und ausgebremst durch dich. Boah. Die Map regt mich voll auf. Mit etwas Fantasie. Ähm, was steht da? Oder... Hallo. Das war ein Bild. Ups. Das sollte uns wahrscheinlich irgendetwas sagen. Ja, jetzt ja wohl nicht mehr, ne? Wir müssen irgendwo einen Hebel finden. Ich habe das Bild nicht gesehen. Oh, ich habe eine Truhe. Ich habe eine Truhe. Ich weiß noch nicht, wie ich da hinkommen soll. Wo denn? Da oben im Baum. Da? Da kommt man doch hin, irgendwie. Ja, wahrscheinlich da oben vor dem Balkon. Jo, vermutlich, ne? Ah lol, ich habe eine Geheimtür gefunden. Ja, vermutlich, damit man da auch reinkommt. Hallo, mein Name ist Elzap. Nervenheilanstalt. Haus Sonnenschein. Oh, scheiße, da muss ich gerade auch rein, ey. Hier fehlt ein Hebel, um in das Haus zu gelangen. Hallo, mein Name ist Elzap. Respekt, wer hat den jetzt kaputt gemacht, das Schild? Ich stelle so mal den Typ im Game-Mode. Ich bin eine Patientin in der Klinik. Heute gab es einen Aufstand im Haus. Alle wurden von ihm getötet. Ja, super. Ich glaube, der wichtigste ist sein Filter jetzt. Ich hoffe, dass ich die einzige Überlebende bin. Wie gelang es, an den Schlüssel der Klinik zu kommen. Ich habe ihn in den Brunnen der Klinik, im Brunnen der Klinik versteckt. Hoffe, er wird noch. Boah, ohne Scheiß. Wo ist denn der Brunnen der Klinik? Die ganze Zeit so übelst auf, ey. Das ist auf jeden Fall nicht der Brunnen. Wo haben die denn ihren Brunnen? Ah, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Wo? Wo bist du denn? Ich habe fünf Fackeln und einen Hebel. Ja, dann bringen wir deinen Hebelarsch hier rüber. Oh, das heilige Bart. Das heilige Bart, junger. Oh, ja. Ach, Scheiße. Kein Krieg ohne Opfer. Oh, ja, das macht den Doktor froh. Hier steht nichts. Zwei Fackeln. Oh. Hunger, Damok, Gelag, Fukka, Lockka, Ketos, Mono, Unfog. Das kann ich. Ich, 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 Hebel, huapuahaha. Slimboy, hier hat ihr ein Flopper. Klohoho. Hihihi, hihihi. Nichts wahr, alles ist erlaubt. Doktorszimmer, die Rilek, die Hebel. Hier ist ein Umfeld. Alter. Alter. Oh, ne Scheiße, tippe uns auf jeden Fall an der Klatsche. Hier kommt ein Pirates. Oh, ich glaube, ich bin in den Blockdorzimmer. Checkpoint. Das kann ich. Habt ihr gerade auch komische Geräusche? Ja, das kommt von der Schaltplatte. Wer hat die angemacht? Ich. Mach die Kacke aus. Alter, what the fuck? Creepigste Schaltplatte. Ja, ist auch so. Ich hab ne Schaltplatte. Ja, und ich hab die Truhe, ne? Ähm, ich hab mehrere. Hier ist auch irgendwas dargestellt, hier haben wir mit Glasfasch und Spinnenweben. Ich nenne die einfach mal mit, weil ich glaube, da ist auch nichts. Hallo, wir sind im Haus noch gar nicht durch, du Spaßvogel. Nimm das Glasbottel mal mit. Hier ist noch voll viel im Haus. Ich geh gerade in den Käl... V und I, wo er uns fehlt. Jetzt nämlich zu, äh, in den Keller gerade. Oh, Leute, wir haben einen Monster angestellt, fällt mir gerade mal auf, ne? Natürlich. Oh, ich hab Fleisch, ich hab Fleisch, ich hab Fleisch. Ja, ich hab Lukas. Oh, und ich hab ein geiles Secret gefunden. Ich glaube, ich hab hier so'n... Bist du in den Keller gekommen? Nach unten? Ja. Und dann, äh... Ach, da unten geht's weiter. Ähnlich. Hä? Wo? Hier ist ein Gang mit, äh, Eisentüren. Ich glaub, da müssen wir... Wo bist du in den Keller gekommen? Oder ist er durchs Doktorzimmer da reingekommen? Nein, ich bin einfach hier die Treppen runter. Welche? Alter, welche Treppen? Jetzt sag mal ein bisschen mehr. Ich komme ja schon. Hier gibt's keine Kacktreppen. Nein. Alter. Komm mal mit. Tschüss. 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 Tschüss.